aber ich werde meine Prokamente bei ein bisschen hochleveln die vielleicht man ein bisschen überlevelt ich ganz gut um das aus Uaah ha 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 war das Gäste Mööö ha 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 der heutige Technologie ist schon nur eine wundersame Sache nicht wahr ich nehme mal Beispiel dieser Vulkanasche hier raus hier kann man Glas machen willst mich doch verarschen oder Tja ich denke mal wir werden es rauschen, na neiden Tja dann werden wir uns sehen, wenn wir 242 Schritte hier gemacht haben und tja tja hüldlü bis zum ähm tja bis nach dem Schnitt, also nach einer Sekunde wenn ich noch weiter laber, willst du noch weiter gehen wenn ich nicht weiter laber, willst du nicht weiter gehen aber na komm schon sie haben nur zwei Pokémon das sind genau die beschissensten, die es hier auf der Welt gibt okay, versuchen wir es mal einzuschläfern Neogeneser hat nichts gebracht oooohh, fick dich ach komm schon jetzt, lass es doch wollen ja hallo, Aslak, das rate ich dir auch Schlitzer und Säure ich will es jetzt einfach nur down haben das ist Aslak Pokémon ja, natürlich wieder Schalflügel, irgendwas gegen uns ja, hast du ja auch schon recht, da so voll in die Fresse zu hauen so, Agilität voll in die Fresse Glitzer und Schlafpuder das müsste doch sein nachdem es dieses Arschbuckmann uns wieder mal den Arsch genägert hat den Arsch genägert ähm ja ist doch wohl eine Scheiße hier nein ja, natürlich würde ich genau das einsetzen Aquagnarre ja, wieder Schlafpuder wir haben sie ja noch nicht oft genug eingesetzt wir brauchen Feuerpokémon ach komm schon, geh down ich hab keinen Bock mehr auf die ja, das musste ja noch sein so ein richter, nach hinten nachschieb wo ich jede Runde Schlafpuder eingesetzt habe so ja Lehnbrühe, yay verlernen wir für Geduld ja 1, 2, 3, Geduld vergessen und wir haben was anderes gelernt wow, oder Lern, Lehnbrühe, Lehnbrühe haben wir gelernt und wir haben Level 39 wir müssen wieder mal ein bisschen runterkommen nachdem wir schon einen anstrengenden Kampf gehabt haben mir ist langweilig langweilig und die hat auch wieder behinderte Arten gehabt die Sprites sind ja auch das Beste die Sprites sind sicher von der Great mhm, ja ok ok Lehnbrühe ok, wir kommen wieder runter ich meine, ich genieße das Spiel eigentlich wirklich ich meine, ich spiele es gern aber ja, ich muss die Speedup-Taste hämmern wie ein Beklopter dass es mir eigentlich selber weh tut weil ich das Spiel eigentlich genießen möchte ja, ich genieße das Spiel soweit auch wenn ich die ganze Zeit feile, mich aufrege aber es ist lustig zu trollen es ist sehr lustig zu trollen für manche Leute, die das nicht wissen das ist lustig ja, ja Lava, wir reden so und jetzt nochmal Aquaknarrie oh yeah wir haben überhaupt keinen Schaden gemacht jetzt Brüller ein bisschen weg ich würde mich jetzt gern muten weil ich hüsten muss aber ich werde es einfach rausschneiden nein nein, jetzt gehen wir nochmal raus dann reden wir intelligent, dass wir intelligent sind ok, wieder nein nein, 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 nein wir schneiden es hier raus ok ist ein ziemlich karlokal und auch ziemlich intelligent oder habe ich ein Item gesehen oh, Mieter, Mieter Secret, Secret ich liebe Secret oh, ein Hyperdrang das ist natürlich cool Hyperdrang in Itemtasche wir haben noch ah, wir haben noch einen Kampf vor uns der ziemlich asslack werden wird oh, ein Vulcano tja, das hätten wir wieder mal reinschneiden dann Kampf mit dem Vulcano Krach Buh Buh Bums und Fasta und Flammenrad zum Vulcano wäre eigentlich keine schlechte Idee obwohl ich will ich will Magma Psystrahl müsste mal schauen wenn ich sie hier entwickelt oder ob es Magma schon irgendwo gibt aber ich glaube ich habe noch keins gesehen aber ich will Magma ich finde es cool fixnell Top-Ether ja, wir müssen mal schauen was Stärke ist ein Vulcano oder ein Magma dann will ich noch einen Dradini fangen dann haben wir da schon unser geiles Team wir müssen mal nachsehen irgendein Feuer-Pokémon ein Feuer-Pokémon ist wirklich cooler als Magma oder Magma selbst wir haben es doch gewusst Zubat, Golbat Mirapla und Tufla und Giefla sind in einer Reihe ja, das ist doch richtig cool von den Pokémon die wir gefangen haben so was haben wir denn da gefangen Nidoran ah ja, genau Menken Au, da war´s ja. Und, wo gibt es dieses tolle Pokémon? Eben? Da wo wir eh vorher waren, also los... Müssen wir irgendwann mal fangen. Demnächst im Kino. Warte mal was haben wir eigentlich? Wir könnten das jetzt gleich fangen. Superballe haben wir aber doch 3. Superballe. Da-dam-da-dam, Meryl, Psycho-Kinni. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir noch genug Platz haben, eigentlich. Also, das Trottini möchte ich auf jeden Fall. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5... Okay, wir haben keinen Platz mehr. Wir haben einen Feuer-Pokémon. Das ist natürlich sehr toll. Also, im Saal wird irgendwann mal so eine Feuerlage gelernt, wie Feuerschlag oder so. Einfach nur, dass wir es können. Nochmal Psycho-Strahl. Das müsste eigentlich nicht weg sein. Ja, genau. Genau so wollte ich das. Nichts Mist. Ah, komm schon. Jetzt muss ich nochmal nach hinten laufen. Fuck. Tauschen wir das mal gegen dieses nette Pokémon. Das wird jetzt sicher ein Arschkampf. So viel kann klar sein. Das wird ein richtiger Arschkampf. Richtig von... Ja. Ich will nicht näher darauf eingehen, aber... Spechern wir mal einfach durch.